Pass auf, ich muss es ausprobieren, weil, ja, ich möchte halt schon Fenster drin haben, aber ich möchte auch, dass das natürlich ein bisschen aussieht und ich will hin zu Kunst. Ähm, ich nehme nochmal normales Glas mit. Lalalalalala. Oh Gott. Ja, ich habe alles voll. Pass auf, ich mache mal eben kurz, ich mache mal kurz, äh, zack, 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 zack. Das kann alles raus hier. So, tschüss, tschüss. Ja, ich müsste wieder aufräumen. Ah, ich hatte das. So, und da, zack. Ähm, die Frage ist, normales, ich möchte halt schon ein bisschen ein anderes Glas haben, als jetzt vom Normalen her, ne? Aber das ist halt, das Ding ist halt, dass die diese Rahmen haben. So eine Holzdinger würden, aber das ist halt dann immer so abgeschnitten, weißt du, wie ich meine? Das ist halt so das Ding. Das sieht halt dann so abgeschnitten aus und das ist dann halt so, ja, okay, ähm, was hat sich denn der Herr dabei gedacht? Ne? Es wäre halt schöner, wenn das in einem Fluss übergeht. Ich will mal, warte mal. Andere Idee. Ähm, ein Architektscutter. Hier können wir auch, ja, das Ding ist, man sieht es halt nicht. Es wäre ein Glasslap. Ne? Man könnte hier natürlich auch ein Glasslap draus machen. Müsste man nur schauen. Glas, Dings, Dor. Die Frage ist dann, pass auf, die Frage wäre natürlich, wäre das dann ein Kompletter? Wie würde das dann aussehen, ne? Ich mache mal sechs Stück. Hoffentlich kann ich das mit diesem Glas machen. Das wäre natürlich, äh, wunderbar. Ich glaube eher nicht. Ne, geht nicht. Schade. Pass auf, ich mache trotzdem mal hier sechs Stück. Nein. Eins, zwei, drei. Fünf, sechs. Ähm, Glaspanel, Glasdoor, Glasfenst. Ist das ein Glasslap? Glass Trapdoor. Da war es Glasslap. Ah, der macht direkt zwei. Okay, dann bräuchte ich ja theoretisch nur drei. So, Glasdoor, Glaslap. Weil das müsste ein, geht ja direkt, genau, der ist nämlich abgeschlossen. Ja, scheiße, der geht direkt kaputt. Ähm, Mist. Entschuldigung. Ja, gut. Komm, egal. Na, rein mit dir. Dann haben wir mal ein paar auf Vorrat. Also, was heißt auf Vorrat? Wenn das wirklich dann mit einem normalen Glas besser aussieht, wäre dann halt die Frage, ob man dann sagt, okay, ja, schade, aber normales Glas halt dann, ne? Ich brauche die Axt dafür. Ja, der baut natürlich jetzt direkt alles ab hier. Ähm. Pass auf. Ich bräuchte ja jetzt nur einen. Ich will nur mal schauen, wie das aussieht. Ah, den kann ich jetzt gar nicht. Ach ja, stimmt, weil der ja als ein Block gilt. Ja. Ja, Moment, aber dann. Ich kann gerade gar nichts daran bauen, wieso nicht? Ach so, warte mal. Ah, blocks, blocks, entities cannot be, ach, scheiße. Ja gut, aber wie wäre das denn, wenn ich jetzt. Ja, der wäre auch Hype, Mist. Der wäre auch Hype. Ich weiß halt nicht, wenn ich das normal mit Glas mache, dann ist das halt so ein Riesenfenster, weißt du? Wie ist das, das ist halt so. Ich war, ich bin, ich, I don't know, ne? Ich war ja erst am überlegen, okay, ich muss mal kurz pengen gehen. Ich war ja erst am überlegen, ob ich halt das andere Glas nehme, wo halt hier, ähm, ich glaube, das müsste der Small, ähm, Ding sein. Small Diamond Glass mit dem dickeren Rahmen, weißt du, wie ich meine, ob das dann vielleicht geht, weil so, ja, das, das, nein, das sieht nicht aus. So, zack, ja, damit. Ah. Die Musik auch, ne? Alter. Okay, pass auf, ich versuche mal mit einem dickeren Rahmen, weil das wäre natürlich, das würde dann halt wie hier aussehen. Ich mag das halt nicht, wenn das, ja, ich mag das halt einfach nicht, verdammt. Verdammte Axt. Was man natürlich machen könnte, wäre sich generell mal ein bisschen da durch, durchprobieren mit dem Glas selber, ähm, aber so viel gibt's ja jetzt ja auch nicht. Klar, natürlich, du hast jetzt die Aug-Dinger. Aha. Aug-Line-Bert-Glas. Bert-Glas. Die Frage ist, warte mal, ich mach mal so'n Stick, oder 58. Bordert-Glas. Hier, Small Diamond, das meine ich. Weil ich glaube, das Aug passt einfach nicht dazu. Komm, ich probier dich einfach mal. Ja, ich könnte den... Pass auf. Den nehm ich mal jetzt eben mit. Ne? Dann brauchen wir halt nicht jedes Mal immer hier hinrennen. Äh, hat bestimmt der eine oder andere bestimmt sich gerade schon gedacht, dann nimm doch das scheiß Glasblau mit, verdammt nochmal. Ja, mein Gott, ey. So, zack, den packe ich mal da hin. Ähm, jetzt ist die Frage, wie sieht das aus? Ja, gut, der Rahmen ist jetzt nicht dicker. Ne, ist ja geil. Ne. Aber Moment mal, das wäre durch... Der würde durchgehend gehen. Das Problem ist halt... Der macht sich hier als... Nicht als einen, ne? Ne, das ist immer ein halber. Also ja, klar. Theoretisch... Also was heißt theoretisch? Ja, praktisch. Ja, klar. Macht ja auch Sinn. Aber es wäre mir lieber, wenn das halt ein ganzer wäre, ne? Wenn das halt so... Zack. Ich weiß nicht, ich muss... Oder ich ma... Ja, ne. Das macht keinen Sinn. Ich dachte, dass ich den Stein vielleicht nochmal ein bisschen höher setze. Aber das ist halt dann auch wieder. Du gehst dann hier... Hallo, hallo Freunde. Naja, und das sieht auch aus wie Gitter, ne? Es sieht aus wie Tante Gitter. Ne. Das bleiben. Mann, das nervt mich. Das nervt echt. Weil wenn ich das nämlich so mache, das ist halt dieses... Ich will halt nicht... Das ist halt so... Vielleicht ist es auch halt einfach so, weil es so... Ja, 0815 ist. Weißt du, wie ich meine? Dann würde ich nämlich hier auch ein Glas machen. Ne, das ist zu viel... Nein, nein, nein. Vielleicht hier nochmal so eine Jalousie rein. Das Ding ist halt... Hier wäre halt, glaube ich, zu viel Glas auf einmal jetzt, oder? Obwohl es geht, es geht. Ich weiß halt nicht, ob mir das Glas jetzt auch gerade wieder... Das ist halt so... Mann! Ich finde das nicht schön. Ich finde das gar nicht schön. Ich will mal... Ich will mal... Pass auf. Ich will mal kurz was schauen. Ja, ich weiß, wir sind jetzt schon wieder hier. Aha, ja. Ähm... Haben wir nicht auch einen Carpenter-Table? So, Carpenter's Table. So, pass auf. Pass auf. Haha. Ich muss mal kurz näher ran, weil sonst sehe ich das nicht. Hier hätten wir nämlich so einen Nails-Bruce-Lock. Firewood. Das würde... Mixed-Bruce-Lock. Ich glaube, das... Pass auf. Ähm... Ich mach mal... Eins, zwei, drei... Ich probier mal ein bisschen was aus. Ich nehm mal zehn hiervon mit. Dann nehm ich mal zehn hiervon mit. Das würde, glaube ich, nicht passen. Firewood würde auch nicht passen. Das wäre zu krass. Aber die beiden wären gerade so meine Faves. Meine Fafs. Probieren wir es mal aus, oder? Pass auf. Ja, ich nehm den auch direkt mit. Ne? Bevor es wieder heißen. Jetzt nehm doch den scheiß Carpenter-Table mit. Ja, ha. Mein Gott. So. Weil... Dann wäre das natürlich... Würde das natürlich auch nochmal... Ah, Mist. Ja, okay. Dann würde es natürlich theoretisch auch nochmal anders... Wir machen erst mal mixed. Ja, so natürlich wieder nicht. Nein! Ach, verdammt. Das hat direkt einen ganz anderen Charme. Oder halt... Mit den Nägeln drin. Ich fühle ja tatsächlich dahin zu tendieren, ne? Oder mit den Nägeln drin. Weil das wäre mir, glaube ich, dann wieder zu... Ja, ist die Frage jetzt. Nein! Warte mal, ich mach mal, ich mach mal nochmal eben... Äh, ich hab doch das Ding mitgenommen hier. Ähm... Kann ich die hier eigentlich auch wieder umändern? Jo. Äh, wo haben wir sie, die Mixed Planks? Da, ne? Genau. Boah, ich weiß es nicht, ne? Ich meine, das ist natürlich schon wieder eine komplette Abweichung von dem, was wir hier gemacht haben. Obwohl das ja mehr Gerüst ist. Stimmt ja. Mist. Ja, diese... Siehst du, wir kriegen hier selbst... Hier haben wir Frame Drops. Warum auch immer. Ah, ich hasse es. Da muss ich echt nochmal nachschauen. Ähm... Ja, das sieht halt so ungewohnt aus, weil wir die eigentlich auch nur so als Stütze immer genommen haben, ne? Theoretisch müssten das... Müsste das hier alles nochmal ausgetauscht werden und... Ne? Ach du Scheiße. Ich mach mal jetzt mal... Pass auf. Ich mach mal jetzt eine komplette Seite mit diesem Mixed Holz. Ich glaube, dann hat das auch nochmal einen anderen Charme. Ähm... Komm. Zack. Einmal den Jetpack an. Oh, den müsste ich auch mal wieder laden, ne? 13... 13 Millionen Fe ist nicht mehr viel. 13 Millionen, sagt der. 13 Millionen. Natürlich haben wir hier natürlich wieder jetzt, ne? Das Glasproblem jetzt nicht unbedingt behoben. Aber vielleicht könnte man das durch das neue Holz ein bisschen, ne? Ich müsste... Ich müsste... Warte mal. Nein. Ähm... Wo ist er denn? Sonst kriege ich das Holz nicht. So. Weil das Holz würde ich schon gerne haben. Klar, ich könnte natürlich wieder reinfliegen, aber das ist immer so... Ah ja. Nervig. Hm. Es ist... Es ist halt echt schwierig, ne? Es ist halt echt schwierig, weil das... Irgendwie weiß ich nicht. Das ist halt nicht das, was er... Und das... Mann, mit den Lexus geht mir auf den Sack, verdammt nochmal. Vielleicht sollte ich... Ich muss echt mal schauen. Die Frage ist natürlich... Genau, wir hatten die ja vorher hingelegt. Aber jetzt will ich die... Dass die so nach oben, weißt du? Ne, vorher hatten wir die ja auch so, ja. Und der Jetpack geht mir auch auf den Sack. Wirklich, ich bin echt froh, dass wir ihn haben, aber dieses... Ah, Mann. Dann nehme ich doch lieber ein Erdgerüst, weißt du? Machen wir das ein bisschen unständlicher, weil du halt hier immer, ne? Der kommt halt nicht zur Ruhe, der Kerl. So. Wird schon wieder dunkel? Schon wieder? Ich war doch gerade erst pennen. Sage mal. Ah, guck mal, da hat er das Holz jetzt auch da weggemacht. Ja, gut. Nehme ich. So, so. Zack. Dann einmal hier und dann schauen wir uns das mal an. Weil dann kriegen wir nochmal eine andere Sicht auf die Weise. So, zack. Das ist doch, zack. Ich war. Alles gut. Dann her.